Am Wochenende habe ich euch bei den Vorbestellertipps ein paar wunderschöne Blu-Ray Steelbook-Editionen aus dem Ausland vorgestellt und da gab es noch eine Edition und die mag ich heute nachreichen und zwar Robin Hood mit Kevin Costner, der beste Robin Hood meiner Meinung nach, den mag ich sehr außer Mel Brooks Robin Hood, der ist auch noch ganz witzig, aber hier der Kevin Costner, Robin Hood, für mich einfach der coolste Streifen mit einem fantastischen Soundtrack natürlich und Titelsong damals von Bryan Adams, der erscheint hier in einer sehr schicken Steelbook-Edition mit Schuber, mit Booklet, mit Artcards, mit doppelseitigem Poster in 4K Ultra HD, leider ohne deutsche Tonspur, aber gut, da muss man halt mal in den sauren Apfel beißen, wenn man Fan des Films ist und sich so eine tolle Edition und den Film in 4K nach Hause holen möchte, es ist zwar keine deutsche Tonspur mit drauf, aber ich denke, die Fans dieses Films können den Film schon auswendig mittrillern und der Bryan Adams singt ja auch nicht auf Deutsch, also von daher passt das eigentlich schon. Wir haben hier unten aufgelistet, was diese Edition mit sich bringt, brandneues 4K Master, eine limitierte Steelbook-Edition hier mit einem Artwork von Tony Stella, 60-seitiges Booklet haben wir mit am Start, doppelseitiges Faltposter, Tonspur DTS 5.1, Surround-Audio und komprimiertes Original-Stereo und dann haben wir jede Menge Bonus-Material mit am Start. Music, Soundtrack, Cues, das weiß ich jetzt nicht genau, was das bedeuten soll, vielleicht könnt ihr das gerne unten in den Kommentaren ergänzen. Wichtig ist, dass hier aber sowohl die Kinofassung als auch der Extended Cut dabei ist und beide eine 4K-Restaurierung bekommen haben. Also da haut Aero Video mal wieder einen raus, das Ganze gibt es dann auch ohne Steelbook hier in einer bisschen abgespeckteren Version, dann auch vom Preis her vielleicht ein bisschen attraktiver, hier 48,49 mit dem Steelbook. Ohne Steelbook haben wir dann das Ganze für 36,49 Euro und das gibt es dann auch noch in einer Keepcase-Variante und da sind wir bei 30,49 Euro und ohne 4K, sondern nur Blu-ray für alle, die sagen, das reicht mir auch. Jo, soviel einmal dazu, dann haben wir bei Zavi auch Thor, der vierte Teil Love & Thunder gelistet und zwar auch in einer Schube-Edition hier mit Film-Booklet, wie wir das Ganze hier lesen können. Und da gibt es dann auch noch ein paar Karten dazu, was auffällt ist, dass es hier keine 3D-Version mit dazu geben wird, das scheint wirklich Japan-exklusiv zu sein. Es gibt dann hier, gucken wir uns den Preis noch an, 60,49 Euro ist schon heftig hier und dann haben wir 39,99 Euro für das Steelbook in 4K plus Blu-ray und das ist ja auch bei uns gelistet und zwar bei Amazon.de, unter anderem aber auch bei JPC und hier bei Amazon sind wir bei 32,99 Euro. Jo, soviel einmal dazu, dann noch kurz zu Nope, da ist ja bei Zavi auch ein Steelbook angekündigt, der neueste Streifen von Jordan Peele hier, 36,49 Euro soll das Ganze kosten, verfügbar ab Dezember, dürfte auch noch ein Platzhalter sein. Bei uns in Deutschland, kriegen wir da ein Steelbook? Nope, doch, ja, angekündigt, ein 4K-Steelbook, leider noch nicht gelistet, aktuell nur die Blu-ray und DVD gelistet, aber es soll auch bei uns ein 4K-Ultra-HD-Steelbook geben. Wenn wir schon bei 4K-Ultra-HD-Steelbook sind, dann bleiben wir auch kurz hier. Wir haben Rambo First Blood hier zum 40-jährigen Jubiläum, wahnsinnig, wie schnell die Zeit vergeht, 40, also eine 4 steht davor, also müssen wir das Ganze natürlich auch in 4K veröffentlichen, ist doch klar. Und siehe da, das Cover-Artwork wurde jetzt final bekannt gegeben und entspricht so ziemlich dem Vorschaubild, also das passt ja natürlich dann auch. Meinen Geschmack trifft es allerdings nicht, aber gut, die Geschmäcker sind ja verschieden. Dann haben wir noch Renegades, Legends, Never Die, ja, das könnte man auch zu Sylvester Stallone sagen. Hier haben wir Lee Major, Stanley Trecho und ein paar andere B- und C-Movie-Stars. In dem Film geht es um ein paar Ex-Soldaten, so eine eingeschweißte Truppe, von denen einer umgebracht wird von einem Kartell und die Tochter wird dann auch bedrängt von diesem Kartell. Und so schließen sich die Freunde da zusammen und nehmen das Ganze selbst in die Hand, versuchen dagegen anzugehen. Natürlich ruft das auch die Polizei auf den Plan und da geht es dann erst richtig ab, aber sie sind wild entschlossen hier ihren Kollegen, ihren Kumpel zu rächen und auch die Tochter zu beschützen und sei es drum, wenn sie auch im Kugelhagel sterben. Ja, so der reißerische Text in der Inhaltsangabe könnte aber ein ganz durchschnittlicher, solider Action-Thriller werden, den man sich so für zwischendurch einmal angucken kann. 25.11. ist sie angekündigt, die Blu-ray. Dann haben wir noch etwas Älteres, Death Machines von 1976 hier im Alive-Shop in zwei verschiedenen Mediabook-Cover-Varianten verfügbar und zwar zum 28. Oktober 2022. Da geht es um ein paar Kampfsportler, die unter Drogen gesetzt werden mit so einem Serum, um aus ihnen eiskalte Killer zu machen, damit sich ein paar Leute hier das organisierte Verbrechen unter den Nagel reißen können. Und solange die unter Drogen gesetzt sind, solange töten die auch wirklich wahllos gehorchen und so weiter und so fort. Aber sobald dieses Serum nachlässt, ja, dann fängt er doch wieder das Denken im Hirn an und dann versuchen sie auch ihre Auftraggeber hier zu stellen. Wie gesagt, zwei verschiedene Cover-Varianten. Das ist Cover-Variante A, da können wir mal draufklicken, dann haben wir das Ganze ein bisschen größer. Und dann haben wir noch Cover-Variante B. Ein hübscher Rücken kann auch entzücken. Dann haben wir noch beim BMV Medienshop die neuesten Veröffentlichungen von Nemless Media im Mediabook gelistet und zwar Triggert und auch Ride. Darüber habe ich ja berichtet und zum Thema BMV Medienshop und Triggert und Ride gab es ja noch ein Gewinnspiel plus noch zwei weitere ausstehende Gewinnspiele. Und da ziehen wir jetzt dann die glücklichen Gewinner und Gewinnerinnen. Schauen wir mal an. Also, da gehen wir rüber. Jetzt sind wir hier im BMV Medienshop und da wurden uns freundlicherweise sehr viele Blu-Rays noch original verpackt, zur Verfügung gestellt plus die DVD von The Painted Bird. Herzlichen Dank nochmal an den BMV Medienshop. Und da habt ihr euch ja auch reichlich eingetragen. Ich habe hier im Vorfeld alle Kommentare freigegeben. Ihr seht es hier. Das passt. Es sind ziemlich viele mit am Start gewesen und haben sich dafür interessiert. Es muss nicht immer ein Mediabook sein. Genau. Und deswegen war das mal eine etwas andere Aktion. Ist doch auch schön. Und da gehen wir jetzt rüber und zwar zum YouTube Random Comment Picker. Müssen uns aber erstmal hier die Adresse holen. Dann holen wir uns vom Adrian hier gleich den Hashtag. Da sind wir beim Hashtag. Halt list on a specific text. Und dann haben wir hier 8 Get YouTube Comments. 93. 93. 93 Leute haben mitgemacht. Und dann lassen wir mal hier den YouTube Random Comment Picker entscheiden. And the winner is King Seis. Wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Bitte verzeih es mir bitte. Na, das nenne ich ein Paket für den Horror Oktober. Hashtag BMV Medienshop. Herzlichen Glückwunsch an dich und melde dich einfach bei mir per E-Mail mit der Adresse und dann lasse ich dir hier diesen Stapel, diesen bunt gemischten Stapel natürlich zeitnah zukommen. Und jetzt muss ich nur ganz kurz gucken, weil sich die Nachrichten gerade bei mir häufen. Ist ein bisschen Action bei mir gerade zu Hause privat los. Moment mal. So Dala, dann können wir jetzt weitermachen. Und wir machen weiter mit Ride und mit Triggert im Mediabook. Wie eben angekündigt, die beiden gibt es jetzt zum Bestellen im BMV Medienshop. Und da wurde uns auch jeweils ein Exemplar zur Verfügung gestellt, zur Verlosung an einen oder eine von euch wird das Ganze jetzt dann gehen. Ja, zur Verfügung gestellt von Neemless Media. Auch hier nochmal herzlichen Dank an dieser Stelle. Und da musste man auch unter dem Video kommentieren und zwar mit dem Hashtag Neemless Media, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Jawohl. Und dann müssen wir uns erstmal natürlich hier den Link vom Video holen. Wo ist dann das wieder hier? So, dann geht das hier rein. Und dann haben wir als Hashtag, ne, da sind wir schon eins weiter. Hashtag nehmen wir hier vom Gerrit den Hashtag. Setzen den hier ein. Boah, 16. Und haben 81, 81 Kommentare, also auch da. Natürlich kann man hier mal erstmal einen Blick werfen. Die Mediabooks sind ja nicht günstig, das ist ja auch klar. Und so viel Geld dann einfach blind auszugeben. Logisch, also jetzt hat jemand von euch die Chance, hier sich das Ganze anzugucken im Mediabook seiner Wahl. Und der Winner ist Sebastian K. Herzlichen Glückwunsch. Coole Verlosung mal wieder. Police Story 3 auf Blu-ray wäre der Hammer. Ich habe den Film auf DVD, aber Bild und Ton ist recht schlecht. Und du hast jetzt gerade zwei Mediabooks von einem Label gewonnen, die schon Teile 1 und 2 veröffentlicht haben. Und es ist nicht ausgeschlossen, sagen wir es mal so, dass sie auch den dritten Teil bringen werden. Okay, also melde dich bitte bei mir hier mit E-Mail-Adresse und dann gebe ich das Ganze weiter an Nameless Media. Natürlich unter Einhaltung der ganzen Datenschutzbestimmungen, damit dir dein Exemplar oder deine Exemplare, du darfst dir beide Cover raussuchen, was du möchtest, von Nameless Media dann direkt zugesendet werden. Dann hat man aber nochmal was von Nameless Media und zwar diesmal Keepkiss-Varianten. Was auch immer heißt, brauche ich nicht einen Mediabook, ist zu teuer. Reicht mir die Keepkiss-Variante oder von dem Film brauche ich keinen Mediabook. Da haben wir alternativ auch noch Keepkiss-Varianten am Start. Und zwar hatten wir eben No Tears for the Dead, dann hatten wir noch The Dead Center und als letztes haben wir dann hier auch noch die Keepkiss-Variante von The Bad Guys. Coole Streifen, zwei richtig geile Asia-Streifen und ein total abgedrehter Psycho-Horror-Thriller, kann man sozusagen sagen. Und auch da musstet ihr, ich schaue mal nochmal schnell rein, überprüft ist alles, alles freigegeben, einen Hashtag eingeben und diesmal war es nur Nameless. Jetzt müssen wir aber auch hier ganz kurz den Link holen. So, wo sind wir denn hier? Da setzen wir den Link ein und haben hier diesmal... So, haben wir hier einfach Neemeless, jawohl. Komm, hier rein und dann müssen wir nochmal eine Rechenaufgabe lösen. Okay, das geht jetzt. 62 Kommentare haben wir hier und dann drücken wir auf Start, ich drücke die Daumen and the winner is Captain Galaxy. Da schau an, herzlichen Glückwunsch hier. Das ist sowieso einer, der immer schreibt, davon brauche ich kein Video-Vogast. Also, bitteschön, jetzt gibt es hier ein paar Keepkiss-Variante. Das ist ja geil. Ja, dann bitte einfach melden hier bei mir per E-Mail und dann sende ich dir das Ganze zu. Und dann haben wir noch was vom guten Ralf. Nicht dem Ralf hier, Ralfs Unboxing, aber der war dabei beim Präsentieren des Mystery-Pakets vom guten Ralf zusammen mit dem Zimmi und dem Efra eben. Jawohl, meine Güte, ist das schon lange wieder hergefühlt. Jahre, war echt ein super schönes Wochenende mit dem Zimmi, seinen Geburtstag hier auch. Und dann hier nochmal herzlichen Dank an den guten Ralf, dass er hier diese Filme zur Verfügung gestellt hat. Und ich suche jetzt den Hashtag, Hashtag Ralf, nehmen wir hier gleich. Ja, wie soll es denn auch anders sein? Den machen wir hier jetzt rein. Und haben hier die Rechenaufgabe 14. Get YouTube-Comments 51. Leute, haben Sie noch für diesen Stapel interessiert? Die Filme brauchen ein neues Zuhause und finden das neue Zuhause wo? Leinwandhelden. Also, herzlichen Glückwunsch, liebe Leinwandhelden. Bitte meldet euch bei mir mit Adresse und dann lasse ich euch auch diese Stapel. Das waren jetzt hier zwei Stapel in einem Paket, schön aufgetürmt von guten Efraim hier. Lasse ich euch die zukommen. Also, in diesem Sinne, meine Freunde, herzlichen Dank wieder fürs Mitmachen. Und ihr wisst Bescheid, die nächsten Aktionen stehen schon in den Startlöchern. Also, seid gespannt, was euch erwartet. Das war es von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf bald, meine Freunde. Und Servus. Ich bedanke mich fürs Zusehen.